Ich habe das Interview gelesen, ich habe die Szene jetzt selber gar nicht gesehen. Ich hoffe natürlich nicht, dass der Rassismus gewonnen hat. Man hat schon den Eindruck, dass es momentan sehr viel ist, gerade auch in den Stadien, auch in Deutschland. Ich glaube, dass wir Spieler schon eine große Reichweite haben, um uns auch gegen den Rassismus auszusprechen. Gerade der Fußball ist eigentlich eine sehr, sehr große Chance, um dagegen anzukämpfen. Ich glaube, wenn so etwas passiert, da sollte jeder seine Stimme erheben. Ich glaube, es sollten gerade auch die Fans, die dafür verantwortlich sind, auch ausfindig gemacht werden. Es sind ja dann wirklich nicht immer alle. Ich bin zum Glück, sage ich mal, mit dem Fußball groß geworden. Ich glaube, dahingehend kann der Fußball schon auch ein Vorbild für unsere Gesellschaft sein, weil er schon sehr, sehr viele Werte verkörpert. Wie jetzt zum Beispiel Toleranz, Respekt, auch Vielfalt, einen gewissen Zusammenhalt. Im Fußball ist es völlig normal, dass man Spieler von verschiedenen Ländern, verschiedener Herkunft, verschiedene Glaubensrichtungen hat. Und für uns Fußballspieler ist es, glaube ich, etwas völlig Normales, dass es eben, dass Integration stattfindet und dass Rassismus keinem Platz gegeben wird. Und dann ist es schade, dass da manche Zuschauer, sage ich mal, den Fußball dazu nutzen, um dem entgegenzuwirken. Aber ich glaube, dass wir Spieler dagegen angehen sollten und nicht aufgeben sollten. Gerade für Toni ist es natürlich anders als für mich, weil ich jetzt selber nie Opfer von Rassismus geworden bin. Trotzdem sollten auch wir uns dann für solche Spieler wie Toni einsetzen. 나� producers shopper von K9 1960-2016-2016-2016-2016-2006-2016. Thanks. Vielen Dank.